Musik Anfang März haben wir die Berichte erhalten von Schwimmbadbetreibern und Schwimmbadverbänden, dass in einem kommunalen Schwimmbad oder in den Bädern kein erhöhtes Risiko besteht für die Infektion mit Corona. Also auch nicht mehr als in anderen öffentlichen Einrichtungen. Das hat erst hoffen lassen, aber dann hat man natürlich kurz später das Wort Social Distancing gehört und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass wir unser Bad nicht in üblicher Weise weiter betreiben können, weil alles mit Sicherheit hier dagegen spricht, die Nähe zu kontrollieren. Das wäre beim normalen Badbetrieb gar nicht gegangen. Und so haben wir dann leider die Entscheidung getroffen, am 16. März das Bad und die Sauna auf unbestimmte Zeit das erste Mal in den fast 30 Jahren seit Bestehen zu schließen. Um unser Team zu schützen, haben wir gleich zu Beginn zwei Gruppen gebildet. Das heißt, ein Team ist immer zu Hause. Es sollte einen Erkrankungsfall geben, dass wir zumindest ein Backup-Team noch haben. Die eine Hälfte, also sie feiern jetzt Urlaub und Überzeit ab und wechseln sich in regelmäßigen Abständen ab. Die zweite Hälfte hat direkt mit der Grundreinigung begonnen, die normalerweise im September stattfindet, wie man sehen kann. Wenn man alle Becken entleert, haben die Heizungen Stück für Stück runtergefahren, dass das Gebäude keinen Schaden nimmt und auch um die Betriebskosten zu minimieren. Wir haben jetzt aktuell diese Woche, etwas später als sonst, die Freibadvorbereitungen für eine eventuelle Sommersaison aufgenommen und sind jetzt bereit zu reinigen. Hier, die Becken sind ja schon entleert, auch schon gereinigt. Und so haben wir jetzt einen Teil des Teams hier im Haus. Es sind immer so fünf, sechs Personen hier. Weitere Mitarbeiter sind aktuell ausgeliehen an die Nähaktionen der Verbandsgemeinde, um diese Alltagsmasken zu nähen. Zwei männliche Kollegen sind beim Ordnungsamt zur Unterstützung aktuell, um die Ordnungsdienste hier tatkräftig zu unterstützen. Und ja, so werden wir uns halt jetzt Stück für Stück vorarbeiten, Richtung eventuell Sommersaison. Als kommunale Einrichtung sind wir natürlich haushaltsfinanziert. Im Gegensatz zur freien Wirtschaft sind wir also nicht umsatzabhängig. Ist natürlich, trotz alledem, muss man sagen, ist Azur als größte Außeneinrichtung der Verbandsgemeinde. Wir haben 25 eigene Mitarbeiter, Stand, Jahresbeginn. Dazu sind die Saisonkräfte noch gar nicht zugerechnet. Dann belasten wir den Haushalt mit knapp zwei Millionen pro Jahr. Und ein Großteil dieser Gelder wird natürlich dann refinanziert über die Eintrittsgelder. Das heißt, wenn jetzt natürlich hier monatelang das Bad geschlossen ist, müssen wir schon mit 90.000 bis 100.000 Euro Einbußen pro Schließmonat rechnen. Und je nachdem, wie lange die Situation geht, wird auch dann dieses Jahresdefizit ganz gewaltig ansteigen. Im Normalfall liegen wir hier so in den letzten Jahren zwischen 600.000 und 800.000 Euro Defizit pro Jahr. Und das wird natürlich dieses Jahr nicht zu halten sein. Wir haben natürlich durch die Reduzierung der Temperatur, die Fernwärme ist komplett abgedreht. Wir verbrauchen keinen Strom, weil die Umwälzung steht. Sind hier natürlich auch große Einsparungen möglich. Allerdings muss man davon ausgehen, es sind ja große Sonderverträge, die wir hier abschließen. Das heißt, die Grundgebühren für die Energiekosten liegen schon im vierstelligen, hohen vierstelligen Bereich monatlich. Also da wird es schon spannend. Der Gemeinde- und Städtebund hat auch schon die Schäden oder die entstandenen Einnahmenproblemen abgefragt. Aber ob von Seiten des Landes hier Hilfsleistungen zu zahlen sind oder irgendwelche Hilfe geleistet wird, das wird man sehen. Oder ob die Verbandsgemeinde das über ihren kommunalen, im Moment noch ausgeglichenen Haushalt selbst schultern muss. Wir planen intern, das Freibad zumindest mal für Anfang Juni zu eröffnen. Ob dies im Endeffekt erlaubt sein wird, das müssen wir sehen. Zum einen ist natürlich die Einschränkung der Pandemie durch die Kontaktsperre schon wichtig. Zum anderen wollen die Bürger aber auch irgendwann wieder zu einer gewissen Normalität. Das heißt, auch der Sport und das Schwimmen spielt hier eine große Rolle. Und wir hoffen natürlich auch für unser Personal, auch für die kommunale Haushaltslage, als auch für die Bürger, dass wir vielleicht im Juni eröffnen könnten. Desinfektionsspender oder auch eine maximale Besucheranzahl einzuschränken, wäre bei uns gar kein Problem. Solche Dinge sind im Kassensystem vorgesehen. Aber das sind alles Dinge, das ist jetzt Spekulation. Denn da wird uns keiner aktuell die Frage beantworten können. Wir hoffen, dass wir in den Tagen da mehr Informationen zu kriegen. Aber es wird uns mit Sicherheit noch sehr lange begleiten. Und ob eine Eröffnung zeitnah stattfindet, das wissen wir nicht. Wenn wir natürlich jetzt täglich hier ins Gebäude kommen und sieht, alles ist leer, kein Wasser in den Becken, es ist absolute Ruhe, das ist schon sehr, sehr komisch. Weil, wie gesagt, in den vielen Jahren, die ich jetzt auch hier schon bin, hat man das noch nie so erlebt. Wir hatten keine Schließzeit, auch größere Schäden wurden immer während des Betriebes repariert. Und jetzt haben wir keine Gäste, aber wir sind trotz alledem gut gestimmt und auch bereiten uns darauf vor, sobald es möglich ist, wieder für unsere Gäste da zu sein und auch wieder Leben in die Halle zu bringen. Untertitelung des ZDF, 2020